Sehen Sie, habe ich Ihnen doch gesagt. Funktioniert nicht. Na gut. Also eine Glühbirne für den Auweidprojekt habe ich jetzt nicht da. Aber ich werde gleich am Lager anrufen, ob ich heute noch eine abholen kann. Zentrallager BWU, Universitätsabkommenapparat, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bräuchte dringend eine Glühbirne für den Auweidprojektor. Habt ihr welche auf Lager? Ja, wir haben die passenden da. Sie müssen nur einen Auftrag erstellen und dann kann ich alles fertig machen. Und ich kann die heute noch abholen kommen? Ja klar, so eine halbe Stunde. Das passt das. Ja, das ist ja super. Danke, dann bis später. Tschüss. Bitte, tschüss. Mir macht Spaß in der Ausbildung, hauptsächlich die Freiheit, die man hier hat. Dass man keinen Chef hat im Rücken, dass man selbstständig arbeiten muss, das ist das Tollste hier dran eigentlich. Selbstständiges Arbeiten heißt vom Auftragseingang bis zur Warenausgabe alles natürlich selbstständig zusammenzusuchen. Das heißt, das Material im Lager zusammenzustellen, zusammenzusuchen, entsprechend zu verpacken und natürlich dem Kunden dann in dem Augenblick über das PC-System die Auftragsfertigstellung mitzuteilen. Wenn ich eine Lieferung für unser Lager bekomme, kontrolliere ich den Lieferschein, ob die Ware für uns bestimmt ist. Dann überprüche ich das mit den Packstücken, ob die überhaupt übereinstimmt, die Menge halt. Wenn ich das gemacht habe, dann muss ich halt ins Büro. Dann gebe ich alles ein, die Menge, die halt wirklich gekommen ist. Und dann kriege ich wiederum einen Ausdruck, wo ich das zum Beispiel lagern muss oder ob ich die Ware halt für bestimmte Personen zurücklegen sollte. Zum Schluss, wenn die Ware für das Lager gedacht war, nehme ich den Zettel, der mir der Computer ausgedruckt hat, wo die Sachen hinmüssen, dann bringe ich das zu den jeweiligen Lagerorten und bringe das dann ordnungsgemäß ein. Ein Auszubildender, der hier anfangen möchte, sollte nach Möglichkeit gute Mathe- und Deutschkenntnisse haben. Er sollte PC-Kenntnisse haben. Er muss teamfähig sein, muss körperlich belastbar sein. Er muss eine gewisse Vorstellungskraft haben von den Materialien, die wir hier haben, weil er halt eben entsprechende Kunden sowohl am Telefon als auch direkt hier an der Ausgabe vielleicht beraten muss. Das Besondere an der Ausbildung an der WWU ist, dass man die ganzen Abläufe am Stück macht. Nicht vielleicht wie andere, die machen nur im Lager die Tätigkeiten ihrer Ausbildung. Ich mache komplett die ganzen Büroarbeiten, die Reit-Lagerarbeiten und weiß genau, was mit den ganzen Sachen passiert. Mahlzeit zusammen. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir hatten vorhin telefoniert wegen der Birne für den Auweid-Projektor. Liegt der Auftrag vielleicht schon bereit? Ja, klar, Moment. Damit bekommt ich immer eine Unterschrift. Ja, super. Super. Tschüss, schönen Tag noch. Danke, na auch. Tschüss. Tschüss.